Brauchen wir jetzt eine Tankstelle raus? Ja, ja. Ich muss mal kurz tanken. Ich bin gleich wieder da. No parking. Wir dürfen nicht auffallen, was nicht deine Stärke ist. Okay, du darfst entscheiden. Winzen bekommt sie. Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen im Untergrund laufen, weißt? Wir sind ja bekannt wie ein bunter Hund. Können aber mit einem öffentlichen Bus fahren. Ja, ja. Wir können auch in eine Tankstelle reinlaufen, ohne dass uns einer erkennt, die die Zeitung verkauft mit unserem Gesicht. So, dann schauen wir mal. Hallo. Oh, voll unfreundlich. Wer bist du? Oh, ja? Oh, hey. For your own sake. Sorry. What do you mean, man? You can thank me later. Look, I didn't mean you're all good. Well, get out of here. Come on, go. Brauchen wir irgendwelche Ausweise? Won't happen again. Just leave me. Okay. Bei denen ihr könnt dich ablenken und dann kommt der andere von hinten. Und klaut ihm die Kasse oder so. Warte, ich komme rein. Ich habe gerade den einen gerade verpissen lassen. Bin fast gekillt. Linksrum. Ja, ich habe gerade die Tür zugemacht. Hier, der. Wenn du von der anderen Seite kommst und ich rede den dann an. Hey, okay. Sure. Äh, why are you asking? Kann ich. Ich häng fest. Komm mir nicht weg. I'm fine. You sure? Yeah, just leave me alone. Ich häng fest. Lass mich einfach in Ruhe, sagt er. Okay. Hey, mal Kaugummi nehmen. Guck mal. Oh, die habe ich früher geliebt, die Kaugummi-Dinger. Halten. Machst du? Hauptüberfall starten. Ich habe hier irgendwas in der Hand. Ach, das ist so eine Angelspule. Was ist denn da mit? Weg da mit. Naja, hier sind noch ein paar Leute halt, ne? Sabotieren. Genau, die Telefone muss ich sabotieren. Hat keiner gesehen. Ich trinke auch mal eine Runde Bier. Wow. Der Mann, wer sind Sie? Ich glaube, wir müssten die weglocken, oder? Dass nur die Frau da ist. Woanders ist Billy. Ja, geh mal weg. Geh mal woanders hin. Wir müssen die zwei noch loswerden. Wo sind die zwei? Naja, hier ist nur ein schwarzer und da hinten ist ja der andere komische Typ. Danke für den Tipp. Okay, den schwarzen bin ich jetzt los geworden. In der Kasse, oder was? Geht der rein? Nee. Es muss nur noch den da hinten loswerden. Den hier. Ach, Bonbons. Kaugummis. Kaugummis, das sind die Kaugummis von früher, weißt du noch? Ach, scheiß drauf. Ich rede mal mit dem Kassierer. Ich glaube, ich kann nicht anders zu. Du musst mal den hier hinten nehmen. Nein, nur schau an, Ram. Geh mal, schau an. Warum schaust du mich? Kann ich in den Raubüberfall starten? Mama, siehst du nett aus. Ich weiß nicht. Du kannst mir leid. Du siehst nicht so schlecht. Danke. Ich bin zu schlecht, aber ich bin heiratet. Ja, aber auch nichts machen. Ich glaube, ich muss sie gleich ansprechen. Ich hab dir angepackert. Wie krass ist das denn? Willst du mal? Ja, ich mach mal. Du hast noch eine Knarre gemacht. Die Knarre dem Tybi vor das Gesicht. Kann ich Ihnen helfen? Raubüberfall starten, mach ich jetzt mal, ja? Ja, mach mal. Hey, Mann. Du mach dem Tyb. Ich will nicht diesen Schäden benutzen. from dem Tyb. Das muss ich tun, allein schon. Ich bin hinten im Safe. Lass mich gehen! Leo, geh hier! Lass ihn gehen! Jetzt ist der Safe. Wohl die Frau, die Frau macht irgendwas! Jetzt haben wir zwei Knarren. Wir brauchen die Kombination. Ja, ich mach, ich bin... Gib mir die Kombination! Gib mir die Kombination! Ich habe es nicht! Ich droh hier ein bisschen. Hat der irgendwas? Nö. Ich bin, wie ich bin. Gib mir die Kombination! Okay, relax! 1, 3, 7! 1, 3, 7! 1, 3, 7! Eins, 2, 3, 7! Ich hab' das Geld! Nehmen wir den LKW, da kommen wir besser durch, oder? Warum muss ich eigentlich fahren? Nein! Nein! Warum fahr' ich? Ich will nicht fahren! Ich bin der mit der Knarre! Ich muss schießen! Ich auch ne Knarre! Ich hab' sogar grad geschossen! Ach, wir müssen gar nix! Schade! 2, 3, 8, 7! Ja, ich sehe die Gänte! Ja, wir haben den거를! Ich bin natürlich ein Problem! Muss es sich verm milevendig? Ja, ich weiß woher du bist. Ja, ich weiß was. Ich bin da. Wir wissen, was wir sind. Warum? Wir wissen ja, um das weiß. Ich weiß sie. Es sieht immer so geil aus, wenn so eine Videoeinspielung kommt bei dem Spiel. Bei Max wird die 70er-Jahre-Styles. Ja, aber so richtig. Sag doch nicht deinen richtigen Namen. Hm. Du entscheidest. Lass mal, Leo kennt die ja besser. Lass mal Leo dazwischen gehen. Der kennt die ja. War nicht egal, die werden es beide regeln, denke ich. Okay. Let's just do this. Fast and easy. Besides, you owe me one, remember? Okay. But it's the last time. And then we're even. Hier. This should be more than enough. Hurry up. Darf wir uns was aussuchen? Oh, das wär cool. Oh. Was gibt's denn da? Oh, ich bin für die ganz rechts. Nämlich die M4 oder nämlich die Scharfschützengewehr? Welche soll ich nehmen? Gut, deine aus. Ist das da? The brand new MP5. Perfect for close quarters combat. Any good place for target practice around here? Dealers. Will aber noch die Scharfschützengewehr testen. That should do the trick. Good idea. Let's see what kind of damage this bad boy can do. M16. First fire assault rifle. The boys in Nam used these. So, ich bin definitiv für die hier. Also die Lange. Wobei die immer nur so ein paar Schuss abgibt. Ich glaub, ich bleib im Scharfschützengewehr. Ich glaub, ich nehm die Kleine. Ich nehm die da. Die Tür ist weg. Ich nehm die. Wir können gehen. Was hat die nur? Nur einzelne Schüsse oder was? Ja, die hat immer nur so zwei, drei Schüsse. Und dann Pause und dann weiter. Hm. Bei der. Die ist jetzt fast in den Schuss reingerannt? Ja, ja. Ich geh jetzt auch so. Hey, Leo. Ich überleg grad nehm ich die oder nehm ich die Scharfschützen? Die schiebt schneller als die andere, glaub ich. Ja, wenn du's richtig drauf hast, schießt die hier besser. Ich glaub, ich bleib deine, ja. Die alte verarscht uns, pass auf. Die ruft doch gleich die Cops. Ja, die hat noch zu viel Waffen im Kofferraum. Aber die ruft irgendeinen Freund an. Oder da steht schon einer. Der kommt dann und will uns die Waffen wieder wegnehmen. Die guckt schon so komisch. Ja, ich kann die nicht leiden. Irgendwas hat die ein faules Spiel mit uns getrieben. Ja, du jetzt genau. Das ist sie doch. Ja, ja. Mal abwarten. Oh, jetzt kommt irgendeine Biker-Gang und will uns fertig machen. Ne, die verkauft uns an irgendjemand. Die ruft irgendjemand an. Wahrscheinlich den Typ, den wir killen wollen. Diesen Harry oder so. Ja, ist das gleiche. Ja, direkt los. Ach, hier einfach mal. Ja, hier habe ich noch eine Information über Leo. Okay, du bist hier? Ich hab ihn nur gesehen. Ich bin so gemacht. Wie ist dein Name? Oh, mein Haus. Mein Haus, definitiv. Da würde ich mir so ein Zocker ein Zimmer einrichten, ey. Eine ganze Etage, nur fürs Zocken. Aber sowas von. Hey, meine Frau. Also dein Bild sieht hübsch aus wie meins. Oh, oh. Sie regt dich zu sehr auf. Du kriegst dein Baby. Ich glaube, ja. 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 Okay. Wir fahren da durch die Weltgeschichte und keine Sound interessiert sich dafür. Hey, kannst du das Telefonbüte da oben? Bist du sicher, du kannst uns ein Flugzeug? Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich will nicht nach Mexiko gehen. Pussy Cola! Jetzt gehen wir erst mal ins Kino. Und bevor der Sturm. Wow. Wow. Zähl mich mal um mit meiner neuen MP4 oder so. Oh, da rannte eine Ratte gerade lang. Ich habe kein Kleingeld. Ich habe kein Kleingeld. Sie sind total im Arsch, sagt das ihm. Ich habe kein Kleingeld. Ich habe kein Kleingeld. Ich habe kein Kleingeld. Dann geben sie mir ein paar Zigaretten mit Filter. Ja. Das ist die Curly-Magazine, ne? Ja. Dann haben wir � Reden bisognen. Genau hab ich auch genommen. K testsござ pants. Das ist eigentlich viel interessanter gerade. Ich bin echt, mich ver..., Ja, ich bin gut, danke. Schau, ich muss irgendwo fliegen. Uh, morgen. Kannst du das funktionieren? Hey, was hast du für ein Packer Smokes hier? Same as everywhere else. 36 Cent. Wow. Der Maul deswegen noch. Okay. Oh, er kriegt jetzt mit, dass er eine Frau im Krankenhaus ist. Jetzt geht's ab. Jetzt können wir seine Frau holen. Ich bin ja im Krankenhaus erst. Mhm. Vincent. We've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me. Da kommen sie. Der beste Mann, den er hat. Das ist der Typ von der Baustelle? Nee, der hat den Bart, ne? Das ist jetzt irgendein anderer. Der beste Mann auf jeden Fall, den er hat. Wir killen ihn schnell. Wir haben unsere Waffen nicht dabei, aber wir killen ihn. Das ist meine Waffe. Sie ist... Dafür trifft er aber scheiße. Dafür ist der beste Mann es. Oh, das leckt gerade bei mir. Was sind du für'n Kau, da willst du es haben? Quick, komm hier! Leo! Hold on! Ich helfe dir die Tür ab! Guck mal, du siehst, wie er läuft. Wie geil ist das denn? Weißt du, an wen der mich erinnert von GTA? Dieser eine. Ja, ja. Der Trevor. Wie ist der? Auch von den Klappen. Wo laufe ich denn hin? So, ich bin hier oben. Und nun? Wir schieben hier. Ach so. Ja, komm her. Kann rüber springen. So, stopp. Und da auch wieder rüber springen. Okay, ich bin drüben. Dann kann ich dir das Seil runterwerfen. Der da gegen die Tür tritt. Boah, hat er auch noch nicht Munition, der Kerl. Der ist genau so geil wie wir. Der weiß aber sofort, wo wir sind. Ja. Der ist der Master of Disaster. Ist er dabei? Come on. Hallo. Ich finde beide, merkst du es nicht? Ja, ich meine nur, ob du angefasst hast, deswegen. Ich fasse öfters mal an. Haha, läuft. Plattform steuern. Ja. 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 Alles gut. Was ist geil, dass du nur auf mich schießt. Überwältigen. 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 Ich komm. Oh, der hat sein Knie auf meinen Eiern. Ich bin da. Das tut weh. Drei Knallen da runter, wie so nasser Sack, ey. Nimm die Knache. Hilfe. Lass ihn gehen, du sonnige B****. Warum immer eh. Meine Taste geht doch nicht. Weil es jemand weh tut. Aber hier musst du echt auf die Scheißtaste Tower drücken. Ja. Nach diesem Spiel brauche ich unbedingt eine neue Tastatur. Ich ne neue Finger danach. Ja. Ich weiß, was ist es passiert. Ich weiß, was ist passiert. Aber wir müssen uns mit dem, was wir begrennt. Harvey wird immer wieder zurückgebracht. Ja. Ich weiß. Ja. Dann warum du mal wiederstiegst? Das ist meine Frau. Sie ist in der Krankenhäuser. Was ist das Problem? Wir haben nur ein Baby. Das ist großartig. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Großartig. Und unten liegt ne Leiche. Und er gratuliert ihm erstmal. Ja, so muss es sein. Geiler Typ. Ich wär auch so drauf. Du passt zu Leo. Ja. Perfekt, oder? Ja. Perfekt, oder? Ja. Aber hey, dafür, dass das so viele Stunden sind, sind wir gut vorangekommen bis jetzt. Hm, viel Stunden damals? Vier? Vier. Genau, vier Stunden gleich. Laut mein OBS. Jetzt sind's vier Stunden. Jetzt sind's vier Stunden. Jetzt sind's vier Stunden. Alright, dann. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.